Manchmal trifft es einfach den Falschen. Der wollte mich. Sie bekommen natürlich Personenschutz. Das brauche ich nicht. Wer mich kriegen will, der kriegt mich sowieso. Den umzubringen, das wäre aber dumm. Der gehört vor Gericht. Das soll man offenlegen, was für ein Mörder der ist. Der Landmann kauft alles, was er will. Sie haben sicher noch ein paar Fragen. Der Tatort Sonntagabend im Ersten. Der Tatort Sonntagabend im Ersten.